Hallo Bomben, Bomben, Hello Lomben. Heute spielen wir Superbomben Survival. Survival ist irgendwie überleben. Abzeichen verdient zurück für mehr. Weiß ich nicht. So jetzt tun 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 tun. Okay jetzt ringen wir auf und botflip, 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 botflip so 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 ah ich hab das nicht. hier sind dynamite was ja gar nichts verstanden aber das war interessant so dort leben leute er gibt nur noch 20 minuten und das okay so können wir das nein wir können ja dass dort hinein gehen ich fliege einfach hirchen okay es geht die pause und ich gehe einfach spielen so was ist das das die spiele zu schauen das ist glaube ich nix ja das ist nix so das ist passiert get 25 nur winston look okay ich habe nichts verstanden oh das bombensurval endlich 5 4 5 fertig 3 2 1 um den super skills zu verwenden cool so wann wird mein neuer wann wird mein super skills nur wieder gehen Oh nein Bombe! 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 Schnell! Sie war gerade neben mir! Oh nein! Jetzt kam ein Schanty! Was? Ach so! So? Und? Bombe! Die Bombe geht nicht nach unten! Oh! Ich hab super, super gut gesprungen! So! Ui! Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Sie kamen schon Millionen Bomben! Ich kann nicht mal überleben! Hilfe! Hilfe! Oh! Schild! 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 Ja! Schild! Schnell! Supersprung! Ja! Mein Supersprung hat mir geholfen! Ich hab Schild! Schild! Oh! Komm! Ich hab Schild! Cool! Ich hab Schild! Oh nein, mein Schild ist weg! Nein! 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 So! Hier kamen schon Bomben! Nein! 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 Prv! Supersprung! Nein! 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 muss hier ist nein einfach hier hin ah Hilfe ich muss mal ja oh nein oh mein Gott hier sind so viele Bomben ich kann nicht mal überlegen das ist das ist einfach eine Bombe ja halt so ich springe jetzt von hier so dort gibt es schon Lava wow 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 was Super Sprung dieses Busch Super Sprung hilft wirklich 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 ja ich musste von hier raus ja ja je 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 Kredits gesammelt 135 cool cool hier gibt es das Hopp nein ok ich hab schon kein Nivell Paradies so ich kaufe mir Skills und ich kann mir nichts kaufen ok Vorteile auch nichts außer ich hab 8 Kristalle ich kann Panik Schild oder auch ich kaufe mir ähm letzter Trick ja so jetzt zu Ende aber ich hab ihn nicht genommen als Equip nein ich muss nach oben nein ich kann nicht so oh cool wow 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 eine eine Feuerbombe geh nicht zu mir ah ich kann nicht einfach hier sind zu viel einfach zu schnell ah wie kann ich ok super Sprung ui mhm schnell 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 das ist einfach unfissible oder wie sagt man so komm 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 oh nein oh nein wow so Geld was Geldkanone cool so komm schnell super Sprung nuug up chaos nein er hat ein Schild das ist unfink naaaa boah super Sprung super Sprung komm schon fünf Leben oh mein Gott fünf einschlag und ich bin tot ab 釀 b leben brr ich hab verloren wie viel habe ich 66 cool so ich muss es echt gut nehmen vorteile und wo ist mein vorteil wo ist es wo ist mein vorteil so ok zurück und skills ja wie viel 200 so ok kann man auch immer nichts kaufen ok leute ich sammle ein bisschen ein ein bisschen okay und ich und ich kann dann wieder leute schaut mal hier kann man raus aber sie lassen uns nicht so leute ich habe ein bisschen gesammelt und ich kaufe mir das schnell nicht genutzt kredits ja ausrüsten ja etwas ausgestürzt letzte letzte paar sekunden so ich drücke jetzt auf das alle kaputt gehen so was ich habe eine was hast du keine was hier sind solche bomben ich kann nicht mal überleben eigentlich kann ich überleben irgendwelche ist die sie dieses pizza die schwarze so gibt es noch binden 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 mini archite er hat kein kopf geschossen nochmals ich habe eine klavierbombe geschossen schnell überlebt wie wie ihr wollt ja fragezeichen nein und wo ist mein klavier irgendwo ist sie verstanden komm schon hoppa nein nein pfuh nein 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 Nein, 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 nein. So, 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 so. Hm. Nein, ich würde gerne hier meinen Supersprung verwenden. Nein! Nein! Hilfe! Puh! Ich bin in... Was? Was? Hm. Wer trägt's mich? Es regnet Raketen... Wer? Oh, Geldbombe. Nein, 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 nicht. Geldbombe, komm. Ja, Geldbombe! Ey, ey! Ey! Ah! Puh! So, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ob ich über... So, 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 so... Na, 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 na! I get another! Eine Mine! So viel! Es regnet Raketen! Es regnet mit Raketen! Oh mein Gott! Sie geht hinter mir her! Oh mein Gott! Was? Was da? Ah! Puh! Das war... Ähm... Muss ich sagen... Wirklich... Piano abwerten. Und jetzt kann ich mir noch irgendetwas kaufen. Das werde ich mir noch etwas kaufen. Skills! Und... Ich kann mir nichts kaufen. Okay, Leute! Das war Ende mit dem Superbomben-Serveral. Und... Buh! 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 Okay, Bye! Buh! Buh! Buh!